Willkommen in meine Wohnung. Bevor wir mit dem Kochen anfangen, möchte ich gerne meine Wohnung zeigen. Ich habe noch einen Aufzug, das ist voll frisch. Hi, ich bin's wieder, Andy. Heute kochen wir Wasserspiele auf Wiener-mäßig Ramon. Und das ist einfach nur Wasserspinat mit Klobock, echt schnell. Und wenn ich einfach, das ist in 10 Minuten größtens 15 Minuten fertig. Wie ihr seht, ist es sehr viel. Wenn ihr fertig seid, ist das eine halbe Portion. Also Wasserspinat ist wie ein normaler Spinat, wenn ihr das Koch ist, ist es weg. Wir brauchen zwei Brindel Wasserspinat, zwei 10-Klobock, einen Esslöffel Austernsoße, ein Zehlöffel Fischsoße, Öl, ein Esslöffel Essig. Aber das könnt ihr mal abschmecken nach dem, wie es euch schmeckt. Ich mache das so ein bisschen säuerlich. Deswegen mache ich da ungefähr einen halben bisschen ganzen Esslöffel Essig rein. Also das ist Reisessig. Der ist desto penetrant. Pfeffer und Salz. Wir anfangen mit dem Wasser zum Kochen. Das ist einfach nur dafür da, damit ihr den Wasserspinat dann noch blanchieren könnt, damit ihr die Farbe überhält. Und dann kommt das auch in der Pfanne viel schneller. Und dann schnallt ihr die Enden vom Wasserspinat ab. Ungefähr so. Muss nicht viel sein. Weil das Ende ist ziemlich trocken und sieht nicht sehr feierlich aus. So, nachdem ihr dann den Wasserspinat branchiert habt in dem kochenden Wasser, für ungefähr eine halbe Minute bis zu einer Minute, könnt ihr den abschrecken. Oder solltet ihr den abschrecken mit dem Eiswasser, damit das noch die Farbe behält. Sonst wird der ein bisschen grau und braun. Und wenn ihr nicht mehr fett ist seid, das Wasser abgießen. Dann können wir auch schon sofort starten mit dem Braten. Und dann können wir schon mal die Filat reinpacken. Achtung. Fett ist schon drin, wie es zinscht. Dann einmal maximal Energie. Und dann verteilen. Dann hauen wir einmal das Öl rein. Und den Knoblauch. Dann können wir schon mal ein bisschen brutzeln. Ein bisschen viel. Aber das wird kleiner. Das dauert jetzt so ein bisschen. Aber ihr werdet merken, mal gucken, dass es stillhaft zusammenzieht wird. Dann die Auslandsoße auch schon rein. Maschinen gut untermischen. Das hat jedes Blatt Spinat. Und jeder Stock. Soße bekommt. Aber das könnt ihr erstmal ein bisschen ziel lassen. Sobald das alles eingezogen ist, wird das so gut schmecken und es draufgekommen. Dann wird es noch ein bisschen ziel lassen. Wenn ihr jetzt die Pfanne und Krüche gelassen habt, wird ihr eine Prise Salz reinmachen. Das ist ungefähr die Spitze von dem Zähdöffel. Und auch schon zum Ende den Kernblatt ausmachen und die Fischsoße reinmachen. Weil sonst verdreht die Fischsoße. Und die Fischsoße brennt sehr schnell an. Einmal so. Auch hier gilt wie beim letzten Mal, wenn ihr das vegan machen wollt, kriegt auch Sojasauce. So, jetzt sind wir auch schon fertig. Es hat jetzt bestimmt fünf Minuten gekocht. Bei der Wirzung wollte ich dazu sagen, das sind jetzt meine Angaben gewesen. Aber wenn das würziger ist, dann könnt ihr immer noch mehr als Salz reinmachen. Dann haben wir eine Fischsoße oder halt Sojasauce. Aber für mich passt das so. Und das ist auch schon fertig. Es kommt ein bisschen Soße mit dabei. Und das mit Reischmeld. Delizier ist. Nicht vergessen, ist der Finger oben, wird man euch loben. Und wenn das meine Mama sehen würde, das ich geleckert habe, würde ich mir die Rübe einschneiden. Wenn meine Mama es vorliegt, macht das nicht. Aber ich hätte Ärger bekommen. So, und mit der Fertigzeit. Ein bisschen Pfeffer. Und dann könnt ihr auch schon essen. Also ich habe heute Ramon gekocht, weil es eins meiner Lieblingsgerichte ist. Und auch eins der Gerichte war, was ich als erstes lernen wollte, weil es halt so einfach ist. Und schnell geht eigentlich, damit das noch so gut schmeckt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Abonniert den Kanal. Und schreibt mir in die Kommentare rein, was ihr gerne das nächste sehen wollt. Peace out. Bindt anfst. Em ơi, nếu mong không thành thì sao? Ciao.